Steckbrief, Name Hermann Anders. Ja, das ist er. Größe 1,85 Meter. Könnte er sein. Haarfarbe dunkelblond, Augenfarbe blau. Besondere Kennzeichen, auffällige Narbe an der linken vorderen Halsseite. Ungefähr 4 Zentimeter lang, so verlaufend. Unser Plan ist verraten! 1,85 Meter, dunkelblond, blaue Augen, verbindliches Wesen. 4 Zentimeter lange Narbe am Hals, die er nicht verstecken kann. Zum Glück nicht verstecken kann! 4 Zentimeter lang, so verlaufend. 2, dall 4 Zentimeter lang, so verlaufend. Es ist eine Rei. 2 может das nicht verm adjacent. 3 Zentimeter lang, so haben wir來 mobile console, aber nicht Roberto stehen. 3 Wochenberg die